Salaam alaikum Freunde, was geht? Heute mein Fortnite Video. Mal gucken, wie ich mich so schlage. Ich werde heute einfach nur eine Solo-Runde spielen und mal gucken, wie gut ich bin. Ich spiele heute nur eine Runde, weil ich heute nicht so viel machen kann. Ich habe wenig Zeit, deswegen spiele ich jetzt einfach nur eine Runde Fortnite. Mal gucken, was passiert. Okay, jetzt. Gestartet. Endlich bin ich drin nach 100 Jahren. Ich lande mal dort. Oder, nee, ich lande dort. Oder, ich kann keinen Bock. Ich weiß nicht, dort. Also, ich warte jetzt und wir sehen uns gleich wieder. Kennt ihr das? Walishi Walishi. Walishi Walishi. Ich zeig euch mal einen Clip. Walishi Walishi. Walishi Walishi. Hallo. Also, ich persönlich finde das ganz lustig. Mal gucken. Also, ich spiele jetzt einfach Fortnite und gucken, wie ich spiele. Ich weiß einfach gar nicht, was ich sagen soll. Schreibt ein Q&A in die Kommentare. Was weiß ich. Schreibt Fragen. Was weiß ich. Schreibt alles, was Sie wollen och. Ich würde es freuen, wenn ihr ein Abo und ein Like da lasst. Es würde mich echt freuen. Ich habe einfach so Angst vor diesen Gegnern. Ich habe einfach Angst. Soll ich einfach reingehen oder soll ich weggehen? Ich liebe... Ich habe keinen Bock direkt zu sterben. Weil... Warum? Einfach nur warum? Einfach why? Sammy, why? Go hell no. Nein, Gott, bitte, nein! Ich habe einfach was vergessen. Amungas, Bungas, Nungas, Hefse, Flungas, Füte, Bungas. Ich weiß was da als echt geht es nicht, aber keine Ahnung. Ich gebe mein Bestes. Ich denke, ich werde eh direkt sterben. Ich bin so schlecht, ich bin nicht mal aufgewärmt. Also kommen meine Waffen an, was das... Ich denke, das wird das kürzeste. Ich habe dieses Fortnite-Video oft auf der Erde. Weil, äh, abgesehen von Shorts, weil, äh, ich sag Shorts, äh, Tick-Tock. Weil, weil ich einfach keine Zeit habe, was soll ich machen, aber... Schaut mir in die Kommentare, was ich für Challenges machen soll. Was ich tun soll. Ich bin, äh, ob ich schlecht sein soll. Ob ich, ähm, mit irgendwas rumfahren soll. Also mit so, ein Tanz oder was weiß ich, was ihr machen wollt. Schreibt ruhig in die Kommentare. Bitte kein Hate. Wegen meiner komischen Stimme. Ja, dafür kann ich nichts, dass, ähm, so ich meine Stimme habe. Und alles so unpassend ist, was ich sage. Weil, ich hab jetzt mein erst... Ähh... Bö, einfach ruhig ruhig in ein конт��i. Bö,könig. ich bin jetzt in so ne schelle gehen so schnell ist er lieb Nein, er lebt schon, wenn ich den berührenden Scheiß mit dem Kuhn werde. Ich will fix sein. Ah, ich würde ein bisschen nicht so kaputt.